Guten Morgen zusammen! Wir sind gerade aufgestanden, es ist jetzt kurz vor 8 Uhr und sind schon am Stockfisch vorbei gekraxelt, um den Sonnenaufgang zu fotografieren. Und jetzt geht's gerade los. Ich zeige euch das gerade mal. Wow! Das wird super! Das wird super! Das wird super! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.